Die NBA-National Basketball Association Jo moin Leute, herzlich willkommen zu den Predictions. Die NBA-National Basketball Association geht wieder los. Season 2023-2024 Predictions und das sind die Predictions für die erste Woche Teil 1 von 3. Los geht's. Alle Spieler live in NBA League Pass, vereinzelt auf DAZN und ab dieser Saison vereinzelt auf ProSieben, ProSiebenMax, Join und Run.de. Und im Endeffekt NBA League Pass, wie alle Spiele. Denver Nuggets gegen Los Angeles Lakers. Das Ganze geht 114 zu 123 aus für die LA Lakers. Herzlichen Glückwunsch. Dann um 4 Uhr Golden State Warriors unterliegen die Phoenix Suns 115 zu 117 nach Overtime. Dann morgen um 1 Uhr New York Knicks verliehen gegen Boston Celtics 125 zu 133. Orlando Magic schlagen die Houston Rockets 132 zu 111. Charlotte Hornets gewinnen gegen Atlanta Hawks 126 zu 119. Und dann um 4 Uhr New York Knicks. 125 zu 133 Die Brooklyn Nets schlagen die Cleveland Cavaliers 121 zu 116 Miami Heat gewinnen gegen Detroit Pistons 132 zu 119 Dann um 2 Uhr Chicago Bulls schlagen die Oklahoma City Pfanne ab 122 zu 115 Die Memphis Grizzlies gewinnen gegen New Orleans Pelicans 114 zu 112 nach Overtime Um 3 Uhr Die Utah Jazz gewinnen gegen Sacramento Kings 132 zu 99 Um 3 Uhr 30 San Antonio dann um 3 Uhr 30 Live auf The Zone glaube ich und im NBA League Pass San Antonio Spurs gegen Dallas Mavericks Das ganze geht 111 zu 117 aus Nach Overtime für die Dallas Mavericks Herzlichen Glückwunsch Dann um 4 Uhr 30 Los Angeles Clippers gewinnen gegen Portland 7 mist 122 zu 110 So Das war es von der erste Woche der neuen NBA National Basketball Association this year die free 20 24 position. so. wenn euch das Video gefallen hat lassen, Däumchen nach oben da, vergiss kein Abo, dann nehmen wir das Glöckchen, das nicht vergessen wird gewinnen, dann verpasst dir keine Benachrichtigungen auf diesem Channel, bis dann, ciao. Tschüss. So. 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 So.